oh was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? ey, what the fuck was for das habe ich noch nie gesehen ey, der sieht aus wie Karl Heinz oh ne also mit dem sein Gesicht noch zu unterhalten geht es ihm wirklich gar nicht gut ey